hallo ich muss erstmal wieder reinkommen das spiel das schon so lange her also ich habe kein kunde ich habe nichts zu nehmen oder holt ja nimmt was er kriegen können brandschatz hast du schon ich brauche wort haben dabei ich muss mich jetzt killen verdammt ich hätte er gewusst hat nicht gerade irgendwas geflogen geflogen was kommt ein rakun geflogen setzt sich nieder auf den schoß ja meinst du nein ich gehe jetzt nicht ich gehe die nase jucken rücken jucken ich muss sie noch ein bisschen leiser machen ich höre mich nicht mal mal reden 3d stabilizer und seit der motiviert und wieso wollte ich das doch ja nicht das korte ist lauter da würde ich mal von hinten ja was doch ja 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 das noch nehmen wir es den konzettler wand mit 1000 hündchen was steht die noch am tisch runter das ist obendrauf richtig bricht seine knochen hat einer von euch geschlagen gerade ich habe nur gehört irgendwie weiter weg der roh oder paloma und nicht so getränk es gibt es gibt so viele getränke wo ich gar nicht was die sachen alum oder paloma ich weiß es nicht ich glaube ja nicht so haben wir müssen was ich kann schmeißen hier gleich in die adern du 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 nioh rot scheiße na warte aber sonst irgendwo auf 30 15 30 hast du ein kopf nein da war ein kopf oder schein unten oben ok dann geh ich dran drüber ich weiß dass die rankommen oh die werfen scheiße das schlecht ach ne die werfen nur oben ok wir werfen mehr kappers da ist einer gewesen ich will den geld schenken und her da ist wieder einer kommt bei mir glaube ich an das wieder reingegangen ist doch schade hä was wie hä da geht die tür auf da getroffen da schlicht auch einer wo der ist tot weil man schießt auf mich da ist noch einer da draußen ja ich weiß den treff ich noch nicht habe ich sind zwei tot ne ja ist noch rot dein ist am haus gewesen das war so ne art fehles ok seh ich grad nicht was ist der denn ach hier liegt er bin ich da hä der steht wieder das ist ja einer gehalten alter der hat ein ekro da drin wollte grad sagen der hat sich doch einer moment wo ist der andere den du gekillt hast oder scheiße dann steht er auch wieder ist doch schön liegen liegt hier ach da ok dann müssen wir mal gucken dass der juli offenbar hier wieder aufsteht der steht wieder guck mal der ist daneben aufgestochen was ach lol du hast da lag das ding ich hab ja nicht gesehen wo das lag ich dachte er ist reingeschmissen ja dachte ich auch die kamen kurz aus der hütte raus hier alter wieder runtergefallen ist auf der dachspitze ach lol ok kass wie die da runter gesegelt ist ich hab die jetzt mal getötet ja ist auch weiß schön hat er ja noch das hässens creed gemacht weißt du vor der spritze spritze erstmal runterspringen bin ich auch da runtergefallen wie so ein bretter na dann äh geh mal rein spinni spinni hast du hier irgendwie was zum zuhauen boah dieses blöde kackvieh da ist nix alles gut da war schon nix mehr wo ist der spider oh 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 ist der spider der meinte an einer nackenwaffe wo ist der spider oh ja wollte ich aber das hat mich zweimal angesprochen du meinst du wer ist der spider oh eine schaufel die kuschelt warum ist ich denn so schnell was ist denn ja klar jetzt geht es auf mich das frech scheiße ich war unten runter hä wer ist immer noch weiß scheiße spinni spinni mach jetzt hier hör mal auf sie ist da oben oder ne grad nicht hä wo ist die denn ach nolli die hängt von mir raus jetzt hier ja hab du die anderen schon gelootet ich glaube schon muss ja mal gucken ob noch was drin ist ich hab eine gelootet die anderen können also ich hab noch gar keinen ich hab noch einen ich hab die Veles gelootet die hat wirklich oben an der kante wie von Assassin's Creed kennst du das wenn die an so einer Kirch ähm ich hab die jetzt aber da gelöst war und dann bevor sie ins zoll gesprungen ist genau so sah das bei der aus ey das war so witzig ich hasse noch mal geld ich hab nur gesehen wie das Brett da runtergefallen ist ja ich hab sie da runtergeholt mit meiner frag ich hab sogar nichts drin hat man im kurs die anderen haben wir schon gewinnt sie sind draußen ja schön hier ist eine falle aufpassen nicht da rein dritte tut dritte unten lang eigentlich alle drei direkt also in dem haus war einer äh da ich noch einer da an der wand gibt's immer ja da hab ich von oben runter da hab ich von oben runter ne du nicht hier falls vielleicht keiner sein sollte weil ich draußen guck mal ob ich den dicken wegmachen kann vielleicht kriegen wir da ja noch ein treat ein treat hallo hallo ein treat der deinen Namen treht der ist aber ganz schön stabil lebt der immer noch wo ist der ne ich glaub nicht mehr ok nach der mecke ah da schießt jemand ich geh mal wieder zurück so geh ich mal wieder rein hier irgendwo ist einer mhm ja du sollen sie mal ankommen da kommt da kommt wir ran hier unten ja mal jetzt fliegen hat ein hit weiter ist um die Hecke rum warte abwärte einer ist am bluten hab noch einen hab noch einen stein ist hier hab ihn einmal der sitzt deiner ist tot sehr gut nice shoot grün grün ich hab nichts da gelassen warte mal da ist noch einer los krio oder was ausgespuckt hat denn mich mich hat er ja auch hat er ja auch Wie der in der Ecke gesessen hat man? Hier ist noch jemand zum Looten, also wenn er wollte er. Ich habe jetzt die drei gelootet, die hier unten lagen. Ich habe auch meine Fett wieder bekommen, Freunde. Ja, dann können wir gleich gleich hier oben raus. Und dann schießt wieder. Ach, fuck. Genau. Alter, meine Ausdauerspritze geht nicht mehr. So aus der Puste so. Hm. Oh, jetzt hier. Die waren aber so ein bisschen verpeilt. Die haben überhaupt nie auf mich geachtet gefühlt. Das stimmt. Ich bin da runtergesprungen, habe den Effekt vom Kopf geworfen. Also, ja, okay. Schon gemein hat die... Oh, ja, stimmt, die brauche ich. Sag mal. Ich bin euch hier beschäftigt, Kollege. Mann. Ja, guck mal, jetzt sehen sie wieder. Jetzt brauchen wir nur zwei. Na, immer noch zwei. Noch einen. Ah, hier patch ich auch noch was. Der Wasserspaß sieht auch so ein bisschen aus, wie aus WoW die Dinger, wo man angeln kann, ne. Immer die Spots, ey. Bei den Dinger denke ich auch was anderes, ey. Nee, so, wenn... Dann nehmen wir den Monster. Ich meine, wenn er so an der Stelle so blubbert. Guck mal, die Alligaten fallen über ein Geld, ey. Stimmt, brauche ich die auch noch. Nee. Du, 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 du. Stimmt, klar. Könnte mehr da sein. Ein Team ist ja raus und zwei haben wir ja platt. Leute, guckt mal. Guckt mal her. Ich zeig euch mal was, ich kann zaubern. Jetzt machen halt die Luft stehen. Ja, zeig mal. Mach nochmal. Mach nochmal. Mach nochmal. Mach nochmal. Mach nochmal. Hast du was, um die Dinger abzubrennen? Die Dinger? Ähm. Was? Äh, die Balken. Von dir ist einfach nur so ein Appell gerade. Nee. Da muss ich mich von der an brennen lassen. Oh, ich weiß nicht, ob ich das noch schaff. Ja, komm her, lass mich schon. Brennen. Oh, brenn mich. Ich brenn mich. Ich brenn mich nicht. 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 Toll, ich doch einfach mal im Wasser stehen. Oh, toll. Brenn du scheiße. Brenn du scheiße. Brenn du scheiße. Oh, man. Brenn du scheiße. Klar. Eskeler sitzt möglich, ey. So. We have killed eight Hunters. Ich hab euren gekillt und einen gesisst. Ich hab euren gekillt und euren gesisst. Warte, ich hab erst mal nur gewohnt. Ich hab mir das jetzt einen Screech-Typ gekillt. Ja, der ist ja echt schon runtergesegelt, ne? Wie so ein Britte. Hey, ich hab fünf. Geil. Ja, das war doch mal schön gewesen. Wenn dir das genauso gefallen haben sollte, lasst gerne ein Ektar-Abo-Löckchen natürlich nicht vergessen. Oh, morgen kommt 13.02 anschauen und wieder einschalten. Tschüss. Tschüss. Tschüss.